Endanschläge Hier oben lässt sich stufenlos die Stände verschillt. Wenn man die Drehzahl hat, kann man sie separat verhindern. Planschleifeinrichtung Dann dreht man hier unten an. Zustellen sieht man hier in diesem Teil. Da fällt man zu. Wenn man dann hier zurückdreht, wird automatisch für dieses Ding das leicht verstellt, sodass beim Hochform abgerüstet wird. Das muss man nicht hören, das macht man automatisch. Immer wenn man das durchdreht, setzt das ein bisschen nach. So, jetzt können wir noch ein paar abgerüstet. Ja, immer wenn man hoch kann, auch wenn nicht.